In diesem Bonedo Video Workshop möchte ich dir zeigen, wie du den Toontrack Easy Drummer 3 über dein E-Drum Set spielen kannst. Ich nutze dazu das Millennium MPS 850, wobei die Basics zur Einrichtung auch für die meisten anderen E-Drums gelten. Aber warum sollte man das eigentlich tun? Die wesentlichsten Argumente sind Klang und Realismus. Also vergleichen wir doch mal. Bis zum nächsten Mal. Ich nutze das MPS 850 hier in Verbindung mit einem Windows Laptop und einem Universal Audio Apollo Twin USB Audio Interface, wobei es in dieser Hinsicht ruhig auch etwas preiswerter zugehen darf. Manche E-Drum Module bieten praktischerweise ein integriertes Audio Interface, ich gehe für den Rest des Videos aber von einer externen Lösung aus. Die Verbindung zwischen dem Soundmodul und dem Rechner läuft über MIDI. Im Gegensatz zu einer Audio-Verbindung werden hier also reine Steuerdaten gesendet, zum Beispiel wann welche Trommel wie stark angeschlagen wird. Standardmäßig wird dazu ein fünfpoliges MIDI-Kabel verwendet. Alternativ bietet das MPS 850 sowie die meisten aktuellen E-Drum-Sets aber auch MIDI über USB, was ich in diesem Fall nutze. In Hinblick auf die Verkabelung war es das schon. Die weitere Einrichtung lässt sich im Audio- und MIDI-Setup des EasyDrummer 3 abschließen. Ich nutze hier die Standalone-Version der Software. Unter Windows sollte man darauf achten, dass der passende ASIO-Treiber zum Audio-Interface ausgewählt ist. Ansonsten muss zunächst nur das angeschlossene E-Drum-Set bzw. der entsprechende MIDI-Port in der unteren Liste aktiviert werden. Damit ist das Kit bereits spielbar. Um das Ganze etwas abzukürzen, öffne ich aber direkt die E-Drum-Einstellungen und wähle das passende Preset für das MPS 850 aus. Zeit für einen ersten Test. Das, lieber Zuschauer, nennt man Latenz. Wie man hört, wird die Snare mit einer leichten Verzögerung abgespielt, die jede Form von Spielfreude im Keim erstickt. Um dies zu lösen, gehe ich zurück in die Audio- und MIDI-Einstellungen und verringere die Buffer-Size des Treibers. Im Fall des Apollo-Interfaces läuft dies über ein externes Panel. Bei den gewählten 128 Samples kommt das Interface bereits auf sehr geringe 2,7 Millisekunden, wobei die Ergebnisse von Interface zu Interface durchaus deutlich abweichen können. Grundsätzlich sollte die Buffer-Size so niedrig wie möglich gewählt werden, wobei geringere Latenzen den Rechner stärker beanspruchen. Vorbildlich. Wie man sieht, reagiert der Easy-Drummer jetzt ohne nennenswerter Latenz. Das Mapping regelt die Zuweisung von Pads bzw. Pad-Zonen auf Instrumente und Spielweisen. Es geht dabei also darum, dass, wenn man ein Tom anspielt, auch ein Tom und nicht ein Becken abgespielt wird. Durch die Wahl des passenden Presets für das MPS 850 ist in dieser Hinsicht bereits alles passend eingerichtet. Auf der Rim-Zone der Snare liegt dabei standardmäßig ein Rim-Shot. Wenn dieser zum Beispiel durch einen Side-Stick ersetzt werden soll, dann lässt sich das über die E-Drum-Einstellungen umsetzen. Ich wähle im linken Fensterbereich die Mapping-Ansicht und klicke dann auf das betreffende Instrument, in diesem Fall die Snare. Aus der Liste der verfügbaren Artikulationen wähle ich den Side-Stick und aktiviere Midi-Learn. Das war's schon. Dieses Prinzip gilt natürlich für alle Pads und Pad-Zonen und wenn das Mapping vollständig angepasst wurde, dann bietet es sich an, das Ergebnis in einem neuen Preset abzuspeichern. Im Grunde kannst du mit den bisherigen Einstellungen bereits loslegen. Im nächsten Teil sehen wir uns die Möglichkeiten für Detailanpassungen an. Für den weiteren Verlauf nutze ich den EasyDrummer 3 als VST-Plugin in der DAW-Software Cubase. Dazu habe ich eine Instrumentenspur erzeugt und als MIDI-Eingang das E-Drum-Device des MPS 850 gewählt. Das Prinzip ist quasi in allen DAWs das gleiche. Ich öffne erneut die E-Drum-Einstellungen und lade zunächst das Preset, das ich vorher in der Standalone-Version abgespeichert habe. Ein neues Feature des EasyDrummer 3 gegenüber dem Vorgänger sind die Velocity-Kurven, die pro Instrument ganz komfortabel direkt am Bildschirm angepasst werden können. Als Beispiel wähle ich wieder die Snare und wie man sieht, kann man bereits mit den kleinen Handles an den Seiten der Kurvendarstellungen recht viel anstellen. In diesem Fall wird bereits bei geringerer Anschlagstärke am Pad die maximale Velocity erzeugt. Und in diesem Fall wird die maximale Velocity eingegrenzt. Es lassen sich aber natürlich auch Punkte von Hand einzeichnen. In diesem Fall entsteht im oberen Bereich eine gefühlt etwas höhere Auflösung. Im unteren Fensterbereich finden sich die erweiterten Einstellungen für die Hi-Hats. Am ehesten erklärungsbedürftig sind hier die Openness Transitions, für die der EasyDrummer drei Varianten anbietet. Im Default-Modus reagiert der Klang der Hi-Hats auf eine Veränderung des Öffnungsgrads auch dann, wenn das Pad bereits angespielt wurde und das Sample bereits klingt. Wenn dieses eigentlich realistische Verhalten zu unerwünschten Effekten führen sollte, dann kann eine der beiden anderen Optionen gewählt werden. Der E-Drum-optimierte Modus reagiert nur noch auf ein nachträgliches Öffnen der Hi-Hats, während No-Trigger Transition immer ein Anspielen des Pads voraussetzt. Die Hi-Hat-Range erlaubt es, den möglichen Öffnungsgrad der Hi-Hats im unteren oder oberen Bereich einzugrenzen. Die Empfindlichkeit für Splash-Sounds erklärt sich von selbst. Wenn in diesem Bereich alle Einstellungen angepasst sind, sollte man nicht vergessen, das Preset neu abzuspeichern. Außerdem ist es möglich, das Preset zum Default-Preset zu machen, sodass es jedes Mal mit einer neuen Instanz des EasyDrummers geladen wird. Damit ist der EasyDrummer 3 fertig für das Millennium MPS 850 eingerichtet. Grundsätzlich gilt natürlich, dass sich die meisten Einstellungen auch am Modul des E-Drum-Sets selbst umsetzen lassen. Wenn man nebenher aber noch die Werksounds des E-Drum-Sets oder andere Software als ein EasyDrummer verwendet, ist es extrem sinnvoll, die Anpassungen auf Seiten der Software vorzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017